So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu South Park, Fracture Battle. Ja. Wohl übel, wohl übel war die letzte Folge. Oh Gott, die Folge, oh. Wann er noch in den nächsten Haus rum? Ich will, dass die kommen werden. Hey du! Hier spricht Humankind! Weißt du noch das Problem, bei dem du mir geholfen hast? Es ist wieder da! Komm bitte sofort zu meinem Haus, ja? Hey du! Hm. Selfie? Habe ich echt Ja dazu gesagt? Glaub schon. Ja, hast du. Danke. Ist so, Alter. Ist so. Foto. Wuhu! Ausgezeichnet! Die SC-Bus. Aber ich finde immer noch lustig. Ich. So. Was soll ich da für Missionen? Medizinisches Brat Fiesco? Ich kriege auch schon mal die komplette Karte. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Was sagen wir machen zuerst die Kostan-Kai-Sache. Okay. Mhm. So. Elf freie Titel ist schon eigentlich. Und 12 dran habe ich schon. Na gut. 14 Glitch. Es gibt noch drei weitere. So. Warte geht's. Das ist doch. Ich komme rein. Ich hoffe, er kifft. Hey, Schatz. Schön, dich zu sehen. Echt schön. Gleich fängt meine Sendung an und du weißt, dass ich nie etwas aufzeichne. Ja, ja. Schnauze machen. Mhm. Mhm. Dann kann auch gleich passen und eine drin verbanden. Stoff. Versiere. Ja. Yeah. Los geht's. Oh. Zielkreuzkostüm. Aha. Okay. Hm. Ah. Äpischer Handwerker. Erfolg falsch haltet. Es gibt noch. Oh. 100 ey. Der Arachnexanzug. Theoretisch. Der Arachnexanzug. Der Arachnexanzug. Cyberwolf Helm. Der Arachnexanzug. Oh. Der Arachnexanzug. Der Arachnexanzug. Der Arachnexanzug. 按. Die Arachnexanzug. Der Arachnexanzug. Der Arachnexanzug. Marsh �ö嘴. Oré. so ich kann mich auch hier mal wechseln wenn ich will jetzt habe ich es noch für und nach genug für das was mir kaufen will Oh, hey, Schatz. Dein Vater ist heute ein bisschen langsamer und hat... Bleib bekifft. Das ist sehr langsamer. Hm. Hey, Vierklässler! Komm, spiel mit uns Großen! So. Los geht's. Unser Spack. Wer will zuerst? Haha. Du schaffst das! Ich mach mal... Kuhn am Start! Platz für den Kuhn! Hätten wir herangehen können. Dann hättest du rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Ist so. Hm. Hm. Nope. Ah, 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 ah. Oh Gott, Arschloch hat sich gepflegt. Ich hab zurzeit nen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Hm. 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 Wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Hm. Wir machen ne Pissebombe. Entfrischer Wind! zieht auf und er kommt als nächstes los geht's kurz laut warum ich bin fast beeindruckt du weißt nicht wieder geschieht aber es war definitiv der kuhn ein weiteres kuhn siehst ziemlich im arsch aus tot ich hätte ich geschafft aber danke fürs zuschauen wie du meinst ego blaster zeitfurz mobba matscher nach vier dann habe ich das zurecht ich weiß noch mit der beschissenen schwesterin nicht der wunderschönen restaurant gerichtet oh mein gott das ist der steichhaufen vergiss der steichhaufen dafür hast du viel zu wenig follower mein hashtag ist glücklich ne marke opa braucht präser stimmt ja wir kaufen können aber hat nicht gelastet soll ich dir die fresse polieren soll ich dir sieb soll ich dir deine polieren hier mit mietz mietz hier vier klessler los geht's rolle ja kass ja so ne scheiße nehmt eure medizin zwerge sorry ich brauche keine medizin bin ich jetzt endlich dran na kun du bist hammer die haben überhaupt keine chance entschuldigung ich hab keinen bock dass du das mir ein rennen rotzt oh gott arschloch hat sich gefühlt was sechsklässler können nicht schlafen glitscht das tor ist auf wegfall geschaltet nice ich würde nur sagen dass wir nicht alle hin naja pissebombe scheiße das böse fürchtet die kaltbläser bläser bläser bleib lieber liegen schlag sie für den kuhn furzkiste nicht schlecht neuer jetzt wirst du zerfetzt so 3 ja das hast du verdient nice und das passiert wenn man sich mit kripten diabetes anlegt ja cap sag mir so ne scheiße ok mabamatcha get meistert habe ich das nun endgültig gemeistert frage keine ahnung ja es war ein kleines dachte ich mir doch egal hab ich jetzt sag ich das dann gucke aber ne oder gib mich okay okay also es wird das wird Kartan äh inet gut dass du da bist hier drüben ich komm schon was hat er getan ist er mächtiger ist er mutiert ist ein tumor im hinterhof im hinterhof ist er ist er spielt das fiese kind das mich verprügelt hat ja oh nein haltet ihn auf keine sorge kalt ich habe diese super sensoren entwickelt mit denen es für uns fast unmöglich ist verprügelt zu werden ich muss mich raushalten ich muss mich raushalten ich muss mich raushalten mach bitte bitte dass er abhaut bereit für dein ende fieses mobbing kind ich habe es nicht da ich habe es nicht da super crack du bist scheiße er ist geblockt nein aber gut ich bin ja nicht blitzfreak diese barriere ist wie das rote meer und im moses kommt ihr hier nicht durch beeilen wir uns das sagst du was jimmy wie ein blitz blitzfreak ist unsichtbar augen auf ich habe ein gutes gefühl bei der sache ich habe ein gutes gefühl bei der sache und cool verbrechen zahlt dich wohl doch nicht aus oh bin ich jetzt dran ich kann auch noch warten nein alter hoppla ich dachte ich verfehle dich was du drauf hast ok du musst aussetzen blitzfreak ist los 2 das ist für scrambles ihr bastarde cool mach es platz ja ich soll jetzt angreifen ja ach gottchen nein tschüssi so oh oh gott arschloch hat sich gefischt ich verlasse mich auf dich das tut Fehler ich bin dran das kann ich das kann ich nur man das ist auch die diabetes du bist grad vom 2 wir alle ja grünen sowas verwalten jetzt lustig coon zermetzelin wieso aber jetzt reicht es aber ja jetzt hat jetzt wird humankind seinen hebräischen Glauben nutzen, um die Macht des Windes anzurufen. Higmei Shiginge! Was zur Hölle! Hänge die Kraft des Windes bei den Drachen in die Lippe! Ah, er hat sich losgerissen! Oh nein, mein Drachen hängt in den Baum, Kusakai! Dann gib auf! Keine Sorge, Superkumpel-Kusak! Ich hab vielleicht keinen Drachen mehr, aber ich hab noch meine Superwaffe! Was? Was für eine... Tante Sheila, diese Kinder ärgern mich! Was, was, was? Oh, oh, nein, nein! Wer ärgert dich hier? Wer seid ihr denn? Ich ruf jetzt eure Mütter an! Auf Sie, Tante Sheila! Wir sind überhaupt rausgekommen! Allerdings, ich liebe die Musik! Okay, ich werde das Verrücktes versuchen! Haltet euch weg! Geschützt! Ach, leck mich! Jetzt setzt's was! Nee, oder? Das reicht mir! Ich hab die Schnauze voll! Cyborg aktiviert! Yeah! Pew, pew! Alter, das ist meine Mom! Hört mal alle auf! Wir treiben es zu weit! Scheiß drauf! Diese Burschen müssen mal manieren lernen! Ähm... Ihr wagt es euch auf meinem Grund und Boden mit meiner Verwandtschaft anzulegen! Euch schlag ich tot! Mom! Beruhige dich! Passt gut auf! Jetzt werde ich euch eine Lektion erteilen! Ha! Dein Angriff steigert nur mein Zorn! Diabetes Zeit! Ich mach erstmal Kite raus! Komm! Das ist, weil ich das Kampf zu feiere! Sam! Ich hoffe, das hat nicht zu sehr wehgetan! Doch, schon! Ich trete eure verfickten Ärsche bis nach Kanada! Ähm... Oh, selber Schuld, Kai! Ja, ich weiß! Lasst von meinem Bubele weg, ihr kleinen Monster! Der Bubele, weißt du? Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Komm, Karten will das genießen! Er will verstümmelt werden! Ist er wütender geworden? Spreng dich mal an, Alter! Nein! Bitte überlebt! Reiß dich zusammen! Alter! Das packst du schon! Jetzt reicht es mir! Das war jetzt total unangebracht! Ah! Hey! Lass dich aus! Wir wecken dich rechtzeitig! Du kannst aufwachen! Wir haben gewonnen! Ich hab gewonnen, ihr Wechser! Endlich ist es vorbei! Meine Hämorrhoiden melden sich! Deine... Deine Hämorrhoiden melden sich! Nice! Oh, Zeit vor zum Kampf! Und... Okay! Nee! Alles okay? Ganz toll, Jungs! Kyle, geh und ruf die Polizei! Die sollen diese Kinder verhaften! Nein, nicht, Mom! Keine Polizei! Das ist alles meine Schuld! Was? Weißt du, ich habe... Es nicht ertragen, dass mein Cousin mir dauernd alles nachmacht! Humankeit geht es ums Menschen retten! Nicht um das Judentum! Schaut euch mal an, was ihr angerichtet habt! Ich sollte deine Freunde alle anzeigen! Und da, mein Drachen hält im Baum! Tut mir leid! Bitte, ich mach's wieder gut! Du wirst deinen Cousin ab sofort mitspielen lassen! Ist das klar, junger Mann? Hey, Kyle! Tante Sheila sagt, ich darf euch mitspielen! Nein! Manchmal darfst du mit uns spielen! Gibi! Und jetzt holt er einen Drachen aus dem Baum! Vorher wird nicht weitergespielt, verstanden? Komm, wir tun dir Desinfektionsmittel drauf! Ich hasse halt das übliche Desinfektionsmittel! Vom Nidukain kriege ich immer Eczeme! Ach, Kacke! Wie kriegen wir den da runter? Hm. So. Ja, also, ganz ehrlich. Oh, hey! Klasse Idee! Scheiße! Daneben! Versuchen wir's nochmal! Äh, okay, ja. Ha! Wow, wow! Ha! Yeah! Ja! Dein Arsch steckt voller Überraschungen! Wir haben's geschafft! Jetzt muss Mom nicht mehr sauer sein! Ja, ganz ehrlich. So kussst du an Kyle. Er ist eigentlich netter. Auch wenn er nervt. Er möchte einfach wie Kyle sein. Also, unser Kyle. Ich nenne es Furtz Kuh! Jungen Kuh! Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich! Und mit Furtz Kuh schaffen wir es hinauf! Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen! Äh, doch. Doch! Komm, Kyle! So. Das brennt jetzt vielleicht kurz Pubele! Au, soll das so kribbelt, hatte Sheila? Es brennt nicht, nur es kribbelt auch! So weiß man, dass es wirkt! Oh! Okay, ich kuss mich mal bei. Ähm. Ja, mir ist gut, dass... Was sagt das Jersey-Ding? Maximal Jersey! Na, Mumm, ja, alles. Ich dachte, das ist immer, nee. Ist, also... Du kannst später zum Spielen rüberkommen. Schau, Bubelis, wir haben deinen Drachen runtergeholt. Ja, ich kann wieder fliegen! Ja, warum? Sei der größere Superheld-Cousin Kyle und vergib unserem neuen Nachbarn. Warum macht ihr zwei nicht ein schönes Foto zusammen? Okay. Ja, ich kann wieder fliegen! Sei der größere... Okay, ich vergebe dir. Zack, ich bin Kyle aus einem alternativen Universum! Fabel-TDM-L-P. Wuhu! Oh super, bis später, cool Instagram-Kumpel! Oh, Mann. Ich gucke, es ist mal wegen Zeit. So, vorbei. Ciao.